moin moin freunde was geht ab ja nicht mal wieder hier am start ja mal wieder da wundert man sich natürlich auch darüber war nicht nur das letzte mal hier black ops gezockt hat mensch so können wir nicht anfangen eliminieren sie feindliche spieler wir zocken team deathmatch und auf der map overflow das ich krieg andauernd den starter kill nice 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 jetzt auch mal wieder eine runde so wie ich jetzt den freestyle oh mein gott da sind uns gerade drei leute unten hier vor unsere flinten gelaufen schade dass ich nicht ein bisschen bisschen schneller auch hätte schießen können oh mein gott und dabei von hinten weg gemäht na gut die ich auf jeden fall die msmc wenn ich es nicht schon gerade eben gesagt hätte das ist so eine der wenigen waffen die wirklich durchgepumpt habe und eigentlich seit einer stunde wieder deswegen bin ich auch erstmal nur um mehr oder weniger noch an einem spielen deswegen und wer jetzt denkt ja einspielen damit der skill kommt der skill wird eh nie kommen von daher ist ja so alles recht wenig dachte jetzt schon hier gerade die lampe wären gegner so weit kommt das hier noch so jetzt alles leergeräumt ja mein gott nice haben wir doch mal ein doppelt weg gemäht dass wir sowas noch mal hier zu gesicht bekommen und little bit campy oh yeah dich hätte ich gehabt ich hätte ich gehabt du schwein dich hätte ich gehabt mein freund ein kill noch bis zur drohne dann bleibe ich mal ein bisschen defensiver deswegen ok ok freunde die drohne haben wir die drohne haben wir auf jeden fall schnell aktiviert und ja schon wieder ein bisschen zurückgezogen da kommt auch einer schon wieder meinen rücken da muss ja so mithelfen ich den blitzschlag schaffen nein ja ficken ja doch doch durchaus also ich wollte mich zurückhalten aber es ging einfach nicht schade warum habe ich nicht noch ein bisschen hinter der ecke gewartet dann wäre mir perfekt in mein feuer gelaufen und ich hätte das hier ohne probleme ähm ja oh da kommt ja auch schon wieder in den rücken gelaufen 7 4 und silka die geht kaputt ganz klar kann man nichts mehr machen kann man nichts mehr machen alles klar gut hinter uns ist keiner ob wir hier oben jetzt noch jemanden am treffen hier ist eigentlich mein lieblingsposten by the way alle die ihn nicht kennen ah da wusste ich doch hier sieht man immer welche und hier kann man eigentlich auch recht schwer gerasht werden wenn man einfach alle 5 sekunden würde ich sagen zurückguckt einmal ganz gut ob jemand die treppe hochkommt da ist das auch alles ohne probleme zu leisten so und geht mal wieder auf meinen lieblingsposten haben wir zwei ich würde sagen das ist derzeit noch beliebter und noch bekannter es wird auch nicht so dass ich irgendwelche special points habe die keiner kennt ja hier wären wir oh immerhin noch ein assist bekommt dankeschön sowas kriegt man heutzutage ja auch gar nicht mehr richtig nochmal ein dankeschön für den kill wenigstens 25 punkte ein rächer kill und das war auf jeden fall ein schöner abschluss hier auf der distanz da wollte er sich ein anderer sniper noch fantastisches gameplay jetzt muss ich sagen und hier mal ein bisschen selber loben oh ja und da zockt er sich auch schon wieder die drohne frei ich muss sagen ich bin sehr zufrieden gerade mit meiner leistung nein und da sehe ich ihn da sehe ich ihn und er sieht mich auch und er sieht mich auch und ja da oh was für ein quickscope alter schwede da kann mal jemand sniper da war alle achtung der hat mir ja mal richtig die mühe die mürre gegeben so wie ich das mal so schön sage da war eigentlich nett hier zuckerschlecken das gibt es nicht oftmals wenn ich sie früher sehe gewinnen sie immer das sprayer-duell dann müssen wir daran arbeiten kann ich nicht länger verantworten und das werden auch eine doppel kill hätte es sein können war aber nichts hätte doppel kill sein können haben bekommen nicht müsste kiste 13 8 ok freunde wo man einen pornominösen schuss jetzt hier raushauen so wie den hier der kam mir gerade aus scheiße ich würde ich ich sag es ja streng geheim aber trotzdem hier extrem gerne besucht meine nachladen ist nicht okay können wir leider nicht dulden lassen oh ja und der kill geht an mich sehr schön einfach mal ein bisschen reingesprayt denn da geht ganz gut die party ab oder wo 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 nein mystic ist der 66 zu 58 also wenn es weitergeht gewinnen wir es aber trotzdem auf jeden fall und wir waren sogar mit 16 10 konkurrierend zum nächsten denn der genau dieselben stats haben wir uns doch gar nicht so schlecht geschlagen ein hier und da mein fehler den kehrten wir auf jeden fall noch bekommen können aber trotzdem dennoch eine durchgehende recht solide leistung womit wir uns dann auch gleich doch zufrieden verabschieden können fast mit zwei akad was wollen wir mehr letzter kill wer kriegt den letzten abschluss ich auf jeden fall nicht und dann sage ich ja 17 1 ist eine 1,5 akad okay vielleicht ein bisschen übertrieben gerechnet denn 2010 hat mir jetzt auch nicht gezockt trotzdem bin ich zufrieden damit ich sage ciao freunde bis zum nächsten mal und danke fürs zuschauen bei bei euer nick w